Willkommen, liebe Leute, zurück zu GTA 5. Wir machen weiter. Hm. Ich werde deine Fähigkeiten brechen, wenn du nicht das Beste auslösst. Ja, bitte, okay? Du solltest das Bordem erinnern. Ah, endlich. Hey. 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 Willkommen in Paradies. C'mon, Auto ist hier. Ich werde hier raus. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Shall we? Might as well get started. Drive us to the bank. And we'll go to the front of the bank. Clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Hey, girl. Oh, shit, man. Wuuuh. Wuuuh. Ach, scheiße. Was mein ich da? There's an empty lot behind, and no one should pay attention to us back there. I like it. The place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. Then we're gonna have to find a new score. No, 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 uh-uh, no. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey! You heard the man, alright? Shoot the sucker. You want to be here when the cops show? Get in! Okay. I brought my police scanner to drive over to the gas station opposite the bank and we monitor chatter. Alright. Dude, what the hell is running over the street? Is that a cat or something? This is Toledo based security services frequency. We have a code 30 Atom. Alarm going off at Lane County Savings Bank. All cars in the area please respond. Toledo cars 369 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. Four units. Backup team at station is available. They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo security. Any updates on the code 30 Atom? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Yeah, four cars. More in the wings. Bad cops. Garden dirty money. Fuck how many. We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio, this is Polito Car 3. We have a code 12. False alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car to car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not. We're still faster than your ass. I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. We're going. We're going. Oh, let's go. Oh, let's go with Trevor through the Wall- Woah! Man. I haven't replied enough to take me near the end because of my stuns with my duties. 망 Miner. Oh yes. Oh yes. Oh my yes. Oh, let's pay a stun. Okay, I'm afraid to take it. I'm, 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 I'm wrong. Ich dachte, ich würde übel abheben, aber dann halt nicht. Oh, falsche Abzweigung. Haben die mich jetzt eingeholt? Die blauen waren da Michael und Lester, oder? Ja, ist ja gut. Wir wissen, dass hier Tiere unterwegs sind. Krass. Oh, shit. Das ist nicht gut. Wow. Ich muss sagen, hier oben sieht die Grafik echt hammergeil aus. Wheelie Action! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Ich hab... Auch wenn ich nix gesehen habe... Ich hab die Scheiße gestanden, den Stunt. Ja, da laufen sie. Hey, da fahren sie, meine ich. Egal. Aber der Stunt musste einfach sein. Leute, das musste einfach sein jetzt. Das ist ... Ich hab sie gelernt. Also ... ... ... ... ... Steig aus, du Wurstkopf, du Ja, ja Das Rennen werden wir jetzt nicht gewinnen Weil dafür habe ich zu viel Scheiße gebaut Was zur Hölle, was ist das Warum Warum dreht der Scheißwagen sich dann plötzlich Alter, was ist das für eine geile Munke Ich bin auch echt mal gespannt Ob nächstes Jahr Oh fuck Oh fuck, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Äh, Mann Ich glaube, ich glaube nicht, dass nächstes Jahr Red Dead Redemption 2 rauskommt Ich kann es mir nicht vorstellen Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie es vielleicht ankündigen Das könnte ich mir ganz gut vorstellen Aber ich glaube nicht, dass es noch nächstes Jahr kommt Was ich aber wirklich hoffe und was ich auch denke, dass nächstes Jahr vielleicht endlich mal ein Singleplayer DLC für GTA 5 kommt Das können sie gerne mal raushauen Weil, wie gesagt, die DLCs zu GTA 4 wurden hammergeil Die waren richtig geil Hat auch schon einen Umfang, die haben einfach Bock gemacht Und das würde ich schon gerne sehen für GTA 5 Vielleicht Boah, was können denn die zeigen Vielleicht können, die können zum Beispiel die Zeit zeigen Was zwischen dem Überfall Den man am Anfang des Spiels sieht Bis zum Wo zum richtigen Anfang des Spiels Was so Trevor gemacht hat Währenddessen Ja, wo er Wo er geglaubt hat, dass Michael tot ist und so Was er in der Zeit gemacht hat Ich setze ein Board hier Michael, Mann, dein Blutsugar ist sehr hoch Ich mache dir ein paar Leitungen Ich bin gut, Tee Ich bin der Host, Mann Ich weiß, ich will dich nicht füllen und schützt, dann wird man die falsche Entscheidungen Ich habe die falsche Entscheidungen in meinem Leben Das ist wie ich hier Hier Bon Appetit Jesus Christ, Trevor, was ist das? Was ist mit dir? Das ist nur ein... Was? Ein Blut? Das ist wahrscheinlich nicht sogar human Unless... Das gas station job Gentlemen, ein paar Plans für Ihre Aufmerksamkeit? Oh, gut Ich bin hier ein Minute langer als ich muss So, ich denke, unser little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through Das bedeutet, dass du die Kops facest, head-on Dirty Kops? Die Dirty Kops, head-on Head-on? Mann, ich weiß nicht Ich bin hier Ich will Ihnen die exacte Details von der Behandlung, als wir hier sind. Anyway, Sie werden nicht außerhalb der Bank zu lange. Polito Bay ist, well, es ist ein Bay. So Sie sind eine Straße entfernt von der Wasser, wo Franklin kann in einem Boot warten, um Sie zu kommen. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, aber es ist die einzige Art, die ich sehen, von der Behandlung für Ihre FIB-Paymasters. Okay. Wir brauchen die Personale? Just ein Gunmann. Sie werden die Kampfs mit Ihnen beziehen. So mein Tipp ist, wähle jemanden gut. Puh, ja, nehmen wir den guten. Ja. Ah, lecker. Wie ein neuer Kontaktläster, äh? Wieso ist der neu jetzt? Äh... Alles klar. Komm raus da hier, aber ganz schnell, ganz schnell. Frankly, neither do I. I will find you. Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Oh yes. Okay, Leute. Bevor ich jetzt die nächste Mission anfange, mache ich nochmal einen Cut. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, denn ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ja, deswegen machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es ja, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Haut rein und tschüss.